Hi, willst du vielleicht was trinken? Wow, das ist ja mal ein ganz ausgefallener Spruch. Also ich bin schwer beeindruckt von deiner Kreativität. Naja, ich... Jetzt wird's ja richtig poetisch. Sag mal, interessiert es dich gar nicht, wer ich eigentlich bin? Vielleicht bin ich der Antichrist oder hab die Intelligenz einer Thermoskanne, aber bedauerlicherweise ist das für den männlichen Penis nicht von Bedeutung. Also bitte, sag mir eins. Warum kommst du den ganzen weiten Weg hierher und fragst, ob ich was trinken will? Naja, weil ich der Barkeeper hier bin.